Yo, froh, was geht? Willkommen zu Würdest Du Ehr mit... Emre, hi, was geht? Das war ne Falle. Ja, wie gesagt, wir spielen Würdest Du Ehr und die Regeln sollte man eigentlich kennen. Also es gibt entweder Würdest Du Ehr das tun oder Würdest Du Ehr das tun. Dann sehen wir, was hier allgemein hat zu sein. Außerdem kriegt man einen Punkt dafür, wenn man die Meinung der Mehrheit vertritt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Tschüss. Ey, aber warte doch mal. Ja. Ihr könnt noch was gewinnen am Ende des Videos. Oh mein Gott. Ja, meine Freunde, das Film bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Das wird ziemlich krass. Also es ist wirklich ne krass Verlosung. Das ist jetzt nicht so ein Haus oder so, aber... Ja, aber ungefähr auf dem Level. Würdest Du eher famous sein, während Du lebst oder in die Geschichtsbücher eingehst? Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Du bist jetzt famous, während Du lebst, aber dafür gehst Du nicht in die Geschichtsbücher ein oder gehst in die Geschichtsbücher ein und bist dann später famous, wenn Du tot bist. Aber währenddessen war ich nicht famous. Genau. Hört sich jetzt gleich eingewildert an. Was sag ich davon, wenn ich tot bin, dann famous? 52% sagt famous, während sie am Leben sind. Nein! Würdest Du lieber täglich nur drei Stunden schlafen? Das tue ich auch so. Oder Du entscheidest dich für 15 Stunden pro Tag? Wenn Du nur drei Stunden am Tag pennst, dann bist Du zwar mega müde, aber dafür hast Du ja mehr Problem. Also ich penne auch relativ lange. Also wenn ich wirklich penne, dann penne ich irgendwie zehn Stunden oder so. Aber 15 wäre viel zu viel. Drei Stunden und zwischendurch einfach Energy reinpasst schon. Ich glaube, die Allgemeinheit entscheidet sich auch für drei Stunden. Okay. 51% der befragten Personen sagen, sie würden auch nur drei Stunden schlafen. Ja, okay. Alles klar. 15 Stunden schlafen, dann schlafen wir 15 Stunden. Wer ist das denn? Ja, aber da hast Du ja gar nichts mehr vom live. Aber das ist live. Schlafen kann man, wenn man tot ist. Dann sterb ich gerne. Rip in peace. Würdest Du eher im Bett Deiner Eltern schlafen oder Dich jedes Mal anpinkeln, wenn jemand einen Witz erzählt? Ich schlafe im Bett, meine Eltern und meine Eltern sind dann dabei? Ja, genau. Oder du bist mit Kumpels unterwegs, die erzählen dir einen Witz, du lachst und einen pinkelst für dich an. Das jedes Mal. Aber dürfte ich einen Pampers tragen dazu? Ja, du kannst ja tragen, was du willst. Nein, ich würde schon mit meinen Eltern. Anpinkeln kann ich mich auch nicht, deswegen würde ich das Erste wählen. Und jedes Mal, wenn ich weiß, jemand ist dabei einen Witz, letztendlich abhauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ey, ich hab einen Witz. 52% sagen, die würden lieber neben ihren Eltern schlafen. Weil die nicht wussten, dass die abhauen. Ich glaube, die machen das so auch. Und deswegen auf die Mehrheit. Wärst Du lieber Tom ohne Beine? Ich werde nicht lustig. Wärst Du lieber Tom und hättest keine Beine? Oder wärst Du gerne blind? Ähm, das ist meine Arme. Boah, was ist das für eine ekelhafte Frage? Ich wäre lieber taub, glaube ich. Und dann ist es mir auch scheißegal, ob ich meine Arme verliere oder meine Beine hole. Ich hole mir eine Amputation. YouTube Money. 1,1 Millionen Menschen. Stimmen dir zu. Und das sind 80. 81%. Ja? Ja. Okay, hab ich mir gedacht. Taub ist manchmal nicht schlecht, wenn man nicht viel Scheiße erzählt. Aber blind, wenn man so die sieht, dann ist man auch blind. Wenn man mich sieht, dann wird man blind. Nee, warte mal, war das jetzt ein Diss? War das jetzt ein Diss? Okay, Immoboy, ready for the next question? Kann sein. Hättest Du lieber, dass Deine Achselhaare für den Rest Deines Lebens richtig krass stinken, oder dass Du gar nicht mehr riechen kannst? Ach du Scheiße. Ich darf kein Deal benutzen, das nicht irgendwie kraschieren. Nee, die stinken für den Rest Deines Lebens. Und ich glaube, du darfst sie auch nicht abschneiden. Nix mehr riechen wollen. Bist du sicher? Ja. 81% würden lieber nicht mehr riechen wollen. Du kannst ab sofort nur noch flüstern oder schreien. Boah, ich weiß gar nicht, ist auch schwierig. Stell dir vor, ich kenne die ganze Zeit so. Überhaupt nicht nervig, oder? Ohne Witz, ich weiß es gar nicht, ne? Weil ist auch ein bisschen situationsbedingt, könnte man sagen. Weil stell dir mal vor, du bist irgendwie auf einem Festival, auf einem Konzert oder so. Nee. Coole Band, oder? Ich muss mich jetzt für eins entscheiden. Ich weiß auch gar nicht so, was die Leute nehmen, ne? Ich entscheide mich für das Whispern. Also für das Flüstern. Damit bist du bei den Leuten, die der Märkte angehören. Echt jetzt? Ja. Aber ich habe jetzt echt gedacht, dass mehr Leute unterscheiden. 72% wollen flüstern. Okay, krass. Okay, jetzt wird es krass. Würdest du lieber für den Rest Deines Lebens nur noch Leichenteile von Menschen fressen oder verhungern? Das ist krass. Das ist richtig krass. Menschenleichenteile, oder? Ja. Menschliche Leichenteile. Die sind schon tot. Also ich will jetzt nicht verhungern wollen. So grausam sich das anhört, ich glaube, ich würde Menschenfleisch nehmen. Ich kann es wohl nicht verstehen, weil ich würde wahrscheinlich das selber nehmen. Mal angenommen die Frage wäre, andere Menschen fressen, werden sie noch leben? Nein, nein, nein. 52% Okay. Er enttäuscht mich nicht. Frisst Fleisch. Metzfleisch. Yes. Sein Kalibar. Würden lieber verhungern. What? Die Lava. Die Lava. Nach dem dritten Tag würde ich sagen, Steffi, bist du das? Oh Steffi? Ich hätte mir da nicht ganz entschieden, der hier umlegt. Meck Steffi. So, jetzt geht es um die Sprache. Und zwar darfst du entweder nur noch Fragen sprechen. Also immer nur noch Fragen stellen. Okay. Oder du zitierst Filme. Ey, wollen wir später noch was essen gehen? Was willst du essen? Keinen Plan. Wieso kein Plan? Ja, wieso Burger? Nein, lieber Filmzitate, wenn ich Filmzitate kennen würde. Echt? Ja, auf jeden Fall. 27% würden Fragen, Ideen gestellt werden. Echt? Ich hab gewonnen, mein Doktor! Wir haben aber noch eine Frage für euch. Du musst nichts mehr essen, darfst auch nichts mehr essen, aber kannst trotzdem überleben. Oder du entscheidest dich dafür, du kannst weiter und schön deine Schokolade essen, alles essen, 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 nimmst nicht zu, aber... Dafür muss man richtig oft scheißen gehen. Aber du musst die ganze Zeit fett. Scheißt in die Kommentare! Scheißt in die Kommentare! Jetzt haben wir noch ein kurzes Gewinnspiel, das ist das Mega-Gewinnspiel, was ich angekündigt habe. Darf ich mitmachen? Du darfst nicht machen. Und zwar gibt es diese sogenannte HTC Y, ich glaub so wird es ausgesprochen. Und das ist so eine Virtual Reality Brille, die hab ich mit dem Datum auch selber ausprobiert in Hamburg und das ist richtig krass, weil es ist Full HD, du setzt sie auf. Du hast echt das Gefühl, du bist in dem Spiel drin. Das ist mega nice, das macht mega viel Spaß. Von außen sieht es bestimmt richtig belustigend aus. Ja, die ist mega viel wert und die meiner Freunde könnt ihr gewinnen. Ihr meiner Freunde geht auf den Kanal von TurnOn, hier unten ist der Link. Ihr lasst ein Abo da und macht bei ihrem Gewinnspiel mit. Und alle weiteren Infos findet ihr bei TurnOn. Und den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Danke nochmal an Emra, dass er Miet gemacht hat, es war auch nett von dir. Digga, da gibt mir ja nicht mal die Hand. Danke, dass ich mitmachen durfte, das war eine Ehre für mich. Checkt seinen Kanal aus, den werden die meisten wahrscheinlich kennen und lasst ein Abo da. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und du noch so einen Teil sehen willst, dann zeigst uns doch mit einem Daumen nach oben und wir müssen es und machen noch einen Teil, okay? Genau. Okay, sonst nicht. Und ihr könnt abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wo meine Frau ne geht, ist noch ein Dönerboden-Ali-Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. So, nicht vergessen. Immer schön, alle, die positiv bleiben. Ja!